Hallo ihr Lieben, heute ist der 6.12. Es ist Nikolaustag und ja, so langsam beginnt die besinnliche Zeit so richtig. Auch die Zeit des Dankeschönsagens und auch ich möchte Dankeschön sagen. Ich mache das Ganze jetzt seit gut 6 Monaten und ich finde es wirklich Wahnsinn, was hier an Resonanz ankommt, wie sehr wir schon gewachsen sind in der kurzen Zeit. Und um das Ganze Dankeschön noch zu krönen, habe ich mir gedacht, dürft ihr euch einfach aus meinem Shop einen Artikel aussuchen. Sei es dieses wunderschöne T-Shirt von einer blumigen Gebärmutter oder eine Mütze oder ein Hoodie oder eine Tasse. Sucht euch einfach etwas Schönes aus und das Beste daran ist, du musst es nicht bezahlen, ich muss es auch nicht bezahlen. Das macht nämlich meine liebe Nachbarin, die Maria von Schickmami. Ihr müsst dafür einfach auf ihren Kanal gehen, auf den YouTube-Kanal und unter dem Nikolaus-Video einen Kommentar posten mit dem Artikel, den ihr haben möchtet aus meinem Shop und sie wird das Ganze dann bezahlen. So einfach ist das. Das ist also das große Dankeschön, das große Nikolaus-Geschenk. Und wie gesagt, Hut ab vor euch, dass ihr mich so unterstützt. Und solange das kommt, mache ich natürlich weiter. Und jetzt frohes Shoppen und die Rechnung bitte an Maria. Schönen Gruß Maria. Ciao.